Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, hallo liebe Eltern, weil es ja in diesem Schuljahr keinen Tag der offenen Tür geben kann, wollen wir euch in diesem Video einen Einblick darüber geben, was in Sachen Anmeldung und Übertritt zu beachten ist. Bevor wir euch aber die genauen Infos an die Hand geben, laden wir euch ein, die Schule mit eigenen Augen kennenzulernen. Musik 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 Wir legen Wert auf ein breit gefächertes Angebot für jeden von euch. Dazu gehören neben einem motivierten Kollegium auch eine moderne Ausstattung und zeitgemäße digitale Unterrichtsformen. Daneben werden aber auch der sportliche, kulturelle und musische Bereich abgedeckt. Berufliche Orientierung, Exkursionen und Studienfahrten stehen ebenso auf dem Programm. Durch Kooperationen mit anderen Schulen und Betrieben sowie einem breiten Wahlfachangebot und gezielter Förderung werdet ihr bestens unterstützt. Wir wollen unserem Schulmotto mit Herz und Verstand vorbereiten auf ein erfolgreiches Leben gerecht werden. Ein gutes Miteinander mit dem Elternhaus ist uns ein großes Anliegen. Genau wie ein passender Unterricht für alle Kinder und Jugendlichen, das Schaffen guter Berufsaussichten und eine Ausbildung mit neuen Medien und moderner Technik wie Handys und Tablet. Schule, das ist aber nicht nur Noten und Prüfungen. Ein buntes Schulleben mit vielen Möglichkeiten sich zu engagieren, ist mindestens genauso wichtig. Der Lebensraum Schule soll bei uns ein Ort sein, an dem man gerne kommt. Das gesamte Lehrerkollegium der Realschule Schöllnach freut sich schon darauf, euch kennenzulernen. Selbstverständlich könnt ihr auch Schwerpunkte wählen, die euch besonders ansprechen. Wenn ihr euch für die Sportklasse anmelden wollt, erwartet euch ein intensivierter Sportunterricht mit einer gezielten Förderung von Talenten. Da der Schwerpunkt auf der sportlichen Betätigung liegt, solltet ihr natürlich entsprechend sportlich und offen für neue Sportarten sein. Die Teilnahme an Schulsportwettbewerben ist ebenfalls vorgesehen. Eine weitere Besonderheit ist die digitale Klasse. Auf eurem eigenen Tablet bekommt ihr hier eure Schulbücher in digitaler Form. Und auch im Unterricht liegt ein Schwerpunkt auf dem Einsatz verschiedenster digitaler Techniken. Besondere Prüfungsformate, Online-Tests oder digitale Leistungsnachweise stehen ebenfalls auf dem Programm. Eines ist aber wichtig. Die Unterrichtsinhalte sind in der digitalen Klasse identisch zu den anderen. Unterschiede gibt es hauptsächlich in der Art der Arbeit. Unsere Schule bietet eine Betreuung im offenen Ganztag an. Das heißt, in dieser Form des Ganztagsunterricht findet am Nachmittag kein Pflichtunterricht statt. Das Team am Nachmittag betreut euch bei den Hausaufgaben, unterstützt euch in eurer Lernzeit und bietet ein buntes Programm zur Freizeitgestaltung für euch an. Dieses Angebot ist für euch kostenfrei, mit Ausnahme der Gebühren für ein Mittagessen. Der Besuch einer Realschule eröffnet euch alle Möglichkeiten. Kein Abschluss ohne Anschluss. Nach dem erfolgreichen Abschluss an der Realschule stehen euch nicht mehr beruflich alle Türen offen, ihr könnt auch zahlreiche weitere schulische Wege einschlagen. Bis hin zum Universitätsabschluss. Stand heute kommen bereits mehr als 60% der Studenten nicht vom Gymnasium. Und nicht vergessen, auch im Bereich der dualen Ausbildung gibt es zahlreiche Möglichkeiten. Nach dem Besuch der Grundschule und der Anmeldung an der Realschule sind die fachlichen Inhalte in den Jahrgangsstufen 5 und 6 für alle Schülerinnen und Schüler identisch. Erst ab der siebten Jahrgangsstufe und der damit verbundenen Zweigwahl unterscheiden sich die Profilfächer. Am Ende steht ein hoffentlich erfolgreicher Realschulabschluss, der hoch anerkannt in Wirtschaft und Gesellschaft ist. Wenn ihr in der Grundschule einen Notendurchschnitt von 2,66 oder besser in den Fächern Mathematik, Deutsch und HSU habt, könnt ihr euch ohne weitere Schritte an der Realschule anmelden. Wenn euer Notenschnitt in den genannten Fächern 3,0 oder schlechter ist, habt ihr die Möglichkeit, an einem dreitägigen Probeunterricht teilzunehmen. Wenn ihr dort erfolgreich teilgenommen habt, könnt ihr euch auch an der Realschule anmelden. Die Anmeldung an der Realschule findet in der Woche vom 18. bis 22. Mai 2020 statt. Dazu müssen bitte die folgenden Dokumente vorgelegt werden. Die Anmeldung vor Ort erfolgt dann bei Frau Bauer oder Frau Lang im Sekretariat. Eine große Bitte hätten wir. Bitte die gängigen Hygienevorschriften und die Abstandsregeln einhalten. Der Probeunterricht findet dann vom 26. bis 28. Mai 2020 an der Realschule statt. Unsere Beratungslehrerin, Frau Kölbl, ist die perfekte Ansprechpartnerin in Sachen Schullaufbahnberatung, Lernberatung und natürlich auch Sozialberatung. Dazu bietet sich Sprechstunden sowohl für Eltern als auch für Schülerinnen und Schüler an. Frau Auberger ist die Schulpsychologin, die an der Realschule die Beratung bei schulischen, pädagogischen und psychologischen Problemen führt. Sie ist außerdem für die Beratung in Sachen Legasthenie oder Leserechtschreibschwäche zuständig. Auch sie bietet Sprechstunden für Eltern und Schülerinnen und Schüler an. Langsam aber sicher nähen wir uns dem Ende unserer virtuellen Tour. Aber zwei Sachen liegen uns noch am Herzen. Der Schulmanager ist bei uns das zentrale Medium, mit dem wir in der Schule Informationen und verwaltungstechnische Abläufe abwickeln. Mit einer App oder am PC können Eltern ihre Kinder krankmelden, Sprechstunden und Elternsprechtagstermine buchen oder den Stunden- und Schulaufgabenplan der Kinder einsehen. Elternbriefe werden hier ebenso versendet wie die Abwicklung verschiedenster Zahlungen. Auf dem schuleigenen YouTube-Kanal finden sich zahlreiche Videos und Tutorials, die den Alltag an der Realschule beschreiben. Außerdem gibt es hier Videos der neuen Lehrkräfte, Produkte der Schüler AG und vieles mehr. Reinschauen lohnt sich auf jeden Fall. Der Elternbeirat ist mit einer eigenen Präsenz bei Facebook immer am Puls der Zeit. Hier findet ihr viele Neuigkeiten und wichtige Infos aus der Schule. Selbstverständlich wollen wir uns als Schule immer weiter verbessern und führen deshalb regelmäßig Umfragen und Evaluationen bei Eltern und der Schülerschaft durch. Die Ergebnisse, die wir seit Jahren bekommen, machen uns sehr stolz und geben uns gleichzeitig die Verpflichtung mit, den beschrittenen Weg weiterzugehen. Die Zufriedenheit der Eltern der aktuellen fünften Klassen spricht für sich. Wir bekommen aber auch sehr positives Feedback von Eltern, deren Kinder schon länger an der Schule sind, das pädagogische Angebot, die Wahlkurse und auch die Förderangebote unserer Schule überzeugen. Ein Aspekt, der uns wirklich sehr freut, ist die Tatsache, dass mehr als 90% der Schülerinnen und Schüler der Entlassklassen, die wir übrigens befragt haben, nachdem sie ihre Zeugnisse bekommen haben, sehr froh sind, an unsere Schule gegangen zu sein. Der freundliche Umgang miteinander und ein wertschätzendes Schulklima sind für uns Ausdruck dafür, dass man es an der Realschule hier sehr gut aushalten kann. Wir hoffen, dass wir euch mit diesem Video einen ersten Einblick über unsere Schule geben konnten. Sollten noch Fragen offen sein, bitte kontaktiert uns jederzeit. Wir freuen uns auf euch. Passt auf euch auf und bleibt gesund.